Dies ist die Geschichte zweier Familien, den Friedmanns und den Neudorfs. Eine Geschichte, die so aus dem Leben gegriffen ist, dass sie schon fast wahr sein könnte. In der letzten Episode von Alle und Wir konnte Charlotte den Anblick von Lucy zusammen mit Simon nicht ertragen, so dass sie in Ohnmacht fiel. Simon fiel währenddessen aus dem Fenster und stürzte fünf Stockwerke tief. Marie fiel am nächsten Morgen auf, dass sie im Champagnerrausch ihren Mann Florian mit ihrem Stiefsohn Benjamin betrogen hatte. Tim fiel währenddessen ein, dass Charlotte ihm 200.000 Euro für seine Scientology-Ausbildung versprochen hatte. Wird Charlotte jetzt auf die Seelenfänger der Sekte hereinfallen? Verwirrt? Das gibt sich. Nach dieser Episode von Alle und Wir. Also Charlotte, das hier ist unser Auditing Room. Sehen Sie die beiden Glasplatten vor sich? Ja. Wozu brauchen Sie die denn? Das sehen Sie gleich. Legen Sie Ihre Hände darauf. Warum? Damit wir Ihre persönlichen Probleme analysieren können. Glauben Sie mir, der Technologie bleibt nichts verborgen. Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Eigentlich will ich ja auch nur mit Tim sprechen. Vertrauen Sie mir. Also, diese Nadel hier zeigt mir, ob Sie ehrlich sind. Erste Frage. Charlotte, haben Sie irgendwann das Gefühl gehabt, dass Ihr Partner Sie nicht ernst nimmt? Nein. Gut. Sie sagen die Wahrheit. Nächste Frage. Haben Sie jemals etwas verkauft, was streng genommen gar nicht Ihnen gehört? Nein. Unglaublich. Sie sagen die Wahrheit. Ähm, okay. Nächste Frage. Puh, was ist das für ein scheußlicher Gestank? Naja, das sind die Früchte, die nicht verkauft wurden. Ich weiß nicht, wo ich sie sonst noch lagern soll als im Laden. Hier muss wirklich schnell was passieren. Also, was für Stärken hat dein Laden? Okay, ich frag mal anders. Was war deine Motivation, als du den Laden eröffnet hast? Das ist doch klar. Ich wollte Millionär werden und mich mit 30 aus dem Geschäft zurückziehen. Aha. Ich verstehe. Also, wir brauchen eine Werbekampagne. Irgendwas, was die Leute anzieht. Ich hab's. Du gibst für einige Tage 30 Prozent Rabatt auf alles. Moment mal, Daniel. Danke für dein Engagement, aber guck dir das an. Diese Zitrone hier kostet jetzt 5 Euro. Ich soll den Preis jetzt also auf 4,70 Euro senken. Wovon soll ich dann leben? Florian, du musst etwas ändern. Denk doch an dich und Marie und deine zwei zum Teil unehelichen Söhne. Apropos. Ich frage mich immer noch, wo Marie ist. Benjamin, ich habe einen großen Fehler gemacht. Oh, mach dir keine Gedanken über das Tablett, das du an meinem Kopf zerbrochen hast. Siehst du, es blutet schon gar nicht mehr. Nein, ich meine, dass ich meinen Mann mit dir betrogen habe. Wenn er das herausfindet, sind wir erledigt. Keine Angst. Er wird es nie erfahren. Haben Sie jemals ein Stück Brot gegessen, ohne vorher auf das Verfallsdatum zu sehen? Nein. Oder ein Bier vor 3 Uhr Nachmittag getrunken. Nein. Hören Sie, ich bin ja kein Experte, aber sollte sich die Nadel nicht irgendwann bewegen? Ja. Aber, junge Frau, Sie müssen doch nicht weinen. Oh, schauen Sie mal. Jetzt bewegt sie sich. Und jetzt. Sie, sie, sie haben sie angestoßen. Hallo Charlotte. Oh, hallo Madeleine. Wie sieht's aus? Sie, sie, sie hat kein einziges Problem. Aber natürlich, sie hat Geldprobleme. Tim? Ich habe keine... Nachdem du hier fertig bist, hast du welche. Oh. Ich mache erst mal Pause. Was hat die nette junge Frau denn? Ich habe doch alle Fragen beantwortet. Du hast uns einen großen Gefallen getan, Charlotte. Wir hatten schon länger das Gefühl, dass Madeleine ein Overt-Produkt sein könnte. Sie ist gefährlich für uns. Sie steht unser aller Wege über die Brücke zur Freiheit im Weg. Aber Tim, sie... Bleib hier, ich bin sofort zurück. Wir könnten ja... bunte Fähnchen mit Werbung für den Laden verteilen. Nein, das machen nur Banken so. Wir brauchen was anderes, was Einmaliges. Hallo Florian. Marie, ein Glück. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht. Wo warst du denn die ganze Nacht? Ich? Ich bin spazieren gegangen. Was? Mitten in der Nacht? Ja, ich bin... Ich bin Schlafwandlerin. Das hast du mir bisher noch nie gesagt. Äh... Wir sollten mal zum Psychiater gehen. Wieso denn unbedingt wir? Immer müssen wir alles zusammen machen. Aber Marie... Ich liebe dich doch. Ja, aber du liebst mich einfach... Einfach zu viel. Ich fühle mich manchmal, als würde ich ersticken. Aber Marie... Nein, lass mich. Aber... Marie! Ja, ja. Konzentrieren wir uns mal wieder auf das, was wirklich wichtig ist. Nämlich, wie wir Werbung für den Bioladen machen. Daniel, hast du nicht gesehen, was gerade passiert ist? Marie liebt mich nicht mehr? Hey, wenn du mir tausend Euro die Stunde dafür bezahlen willst, dass ich mir deine Beziehungsprobleme anhöre, bitte. Wenn du dagegen lieber willst, dass ich meine bezahlte Zeit für was Sinnvolles verwende... Moment. Ich bezahle dich? Klar. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Ich kann mich an keinen Vertrag erinnern. Äh, kein Problem. Würde ich auch nicht bei dem ganzen Alkohol. Aber ich hatte nur ein Glas Champagner, Daniel. Hey, dann würde ich an deiner Stelle nicht auch noch betonen, wie dumm ich mich angestellt habe. Äh... So, und jetzt hören wir mal zu. Wir leben im 21. Jahrhundert und mit traditionellen Methoden kommen wir hier nicht weiter. Deswegen, hören wir zu, wir machen eine Online-Aktion. Jeder, der bis zum 5. Januar deinem Laden-Account auf Twitter folgt, bekommt Rabatt. Ich habe keinen Twitter-Account. Kein Problem. Wir beauftragen einfach irgendeinen gelangweilten Teenager auf 5-Euro-Basis damit, das ganze Zeug einzurichten. Hi. Lucy, gerade haben wir über dich gesprochen. Wird Lucy, Daniel und Florian helfen können? Wird sie Daniel und Florian für nur 5 Euro die Stunde überhaupt helfen wollen? Wird Charlotte erkennen, worum es bei Scientology eigentlich geht? Wird Tim erkennen, worum es bei Scientology wirklich geht? Was passiert mit Madeleine? Und wird Maria es schaffen, zu Florian zurückzukehren? Oder ist die Affäre mit Benjamin doch ernster, als sie scheint? Die Antworten auf diese Fragen und auf viele andere in der nächsten Episode von Alle und und wir.